Hahahaha Sooo, Servus Freunde Dondino hier und willkommen zur neuen Runde von Smite Rank Ich spiele Kali auf der Solo Lane Gegen Afro höchstwahrscheinlich Jetzt fragt ihr euch, hey wieso hast du Berserker Schild gehört? Oh nein, ich hab Achilles, Gott sei Dank habe ich Berserker Schild gehört Ja, ich hätte es trotzdem geholt Weil die nur einen physischen haben Dachte ich, brauche ich nicht so viel physical defense gehen Damage, Bro Ich hätte echt keinen Bock gehabt auf Nerven Farm von unserem Blue Toys Ja, wahrscheinlich Ich sollte ihn nicht kriegen In vollem Level 2 Jo, er hat noch ein paar Minutes auf der Lane gelassen Nice Ja Kali Solo Kali ist allgemein nicht so der beste Pick, den man spielt Weil sie... Ja, man kann sie leicht kontern Und mit Kali, du musst halt am Gegner dran bleiben, um irgendwas zu bewirken Aber wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist sie sehr stark Vor allem im Late Game, ne Das Gute ist, wir haben auch nur einen physischen Gegner Und das weiß der gar nicht Nicht, nicht So Ich kriege Power durch meine 3 Oh, scheiße Egal, wir spielen aggressiv Ich habe gleich Berserkers online Wenn wir uns das erlauben Geben wir Becken, holen uns Berserkers Jetzt haben wir ein bisschen Sustain Power Was will er bauen? Okay, er geht gletschelt So, ich wollte nur das Totem, aber das ist mir egal Ich habe einen alten Vorsprung Er sollte nicht gegen mich kämpfen So Ich habe mich gut ausgepokt, ich habe immer noch volles Leben Totem gehört mir Kein Dash mehr Ah, schade, schade Oh, ich habe ein Box & Blue kann ich nicht invaden Ich habe zu wenig Mana, um den jetzt zu invaden Holen wir uns Christus Totem Zack Und immer schön, wenn ihr Totem habt Immer mal wieder eine Tower und raus Und dann füllt ihr echt relativ gut Mana auf Soll er das Totem kurz machen Dann mache ich es halt Ich überleg hier sogar meine Eins zu fokussen Statt meine drei Ich mach die Eins so auf Level 3 Weil die auch gut zum Clearen und Damage machen ist Normalerweise im Jungle fokust man ja die drei Weil die sehr wichtig ist Gibt auch Power gut Ich mach meine Eins auf Level 3 Und dann fokuste ich die drei So ist der Plan Er hat keinen Dash mehr übrig Und jetzt dann Aber auf jeden Fall jetzt auch Fett sustainen. Ich guck, dass ich von meinem Team das Toten immer wieder bekomme. Ich habe Ulti, das heißt, ich kann ruhig etwas aufpassen. Unser Leben auf. Blubuff droppen. Goldmäßig sollte ich ein bisschen vor ihm sein. Oh, 200 Gold. Ich darf auf jeden Fall nicht sterben. Sobald ich sterbe, hänge ich richtig schön hinterher. Ich kann Boots holen. Ich werde Attack Speed Boots holen, weil ich nicht so viel Attack Speed in meinem Bild kriegen werde, weil ich ja ein bisschen Defense gehe auf jeden Fall. Ich habe jetzt halt auch Afro als mein Target gewählt, was natürlich nicht so schön ist. Da kommt die Wave nehmen wir noch. Und das Totem. Ja, ich muss Pride oder Dings holen, wie das auch heißt. Ich weiß nicht, dass das ist. Äh, fällt es gerade nicht ein. Ist diese Seite von Teiji? Okay, boah. Jo, er ist mein Target. Nice. Jetzt mache ich auch mehr Schaden an ihm. Und ich habe Boots. Das ist auch schön für mich. Hab ich getroffen. Also jetzt ist gerade meine Chance, weil ich habe Boots. Er hat nur ein Item. Jetzt kann ich ihn ein bisschen Pulli noch verlieren auf jeden Fall. Oh mein Gott, Digga. Digga, nicht übertreiben. Ähm, okay, er backt. Huh. Vergessen, dass den Execute hat, der Hund. Oh, zu lange gebraucht. Was hat denn der jetzt? Jetzt hat der Hund. Okay, jetzt wird es gefährlich. Freunde. Das wird das erste Toten, was die kriegen. Proxy, dann back ich. Sterbt nicht dabei. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die er so ekelhaft macht. Ah, schade. Zu spät gesprungen. Wir können backen, weil wir geproxied haben. Wir können sicherheitshalber zwei Worts. Shisha ist runtergefunden. Nein. Und? Jetzt war es Proxy für nichts. Nice. Aber er will Proxy. Nein. Das ist auf jeden Fall eine toughe Lane hier. Ja, er lang ist nicht schlecht. Er lang, sag ich. Okay. Ach, alles. Dieses Rumgespringe von ihm nervt. Oh Gott. So. War nicht gesprungen. So. Ich habe noch Teleport. Das ist ganz gut. Ja, das ist zu gefährlich. Okay. Derart. 몇ilo. Das ist komplett. Das macht mich. Ich habe Zeit, das zu Dropen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir spielen dich. Oh, das ist schade. Warte. Aber er wird sein Blue nicht kriegen höchstwahrscheinlich. Das ist wieder gut für mich. Ich werde jetzt direkt nach der Wave packen. Der teleportieren wird. Dann holen wir uns ein bisschen Pen. Dann holen wir uns Blink. Ja, gut Tower gepusht. Er ist auf jeden Fall ein toughes Game, ey. Also Kali ist nicht. Jetzt ist zum Beispiel Afro mein Target. Jetzt hat das Achillis ein bisschen leichter. So, dass wir keine XP verlieren. Bei dem Fall Gold. Er wird versuchen mir den zu klauen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Sand Toten. Stone Cutting Sword. Kinseis. Und dann noch was magisches auf alle Fälle. Das ist eine große Waffe. 2 aus dem Fall. 1 aus dem Fall. 1 aus dem Fall. 2 aus dem Fall. 1 aus dem Fall. 2 aus dem Fall. Nachffee. 3 aus dem Fall. 1 aus dem Fall. Du, ist das eine Afro-Solo-Jungle? Ja. Ah, ist echt schade, ey. Nimmst du nicht deinen Hammer, Po? Das war dumm. Wird er gestunnt und ist tot. Doch nicht. Doch, doch, ist tot. Ja. Gut, wir haben noch einen Kill bekommen. Das war auf jeden Fall gut. Was ist denn nicht da? Rumscht. Und der ist mein Target, das auch wieder gut ist. Da würde ich ein bisschen Damage machen. Da würde ich mich bergen lassen. Und seinen Kill nehmen. Oh, er hat wieder Teleportes wahrscheinlich. Die Afro nimmt auseinander. Mit ihrem Jungle. Das ist ja nicht normal. So, was holt der Bruder sich? Relic Dagger? Okay. Oh mein Gott, die Entgabe. Boxen wir und dann reichen wir. Wo haben wir jetzt noch Magical Defense hier? Das ist ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich mich so gut kriege. Egal. Ist halt so eine Gewöhnungssache. Ne, ich kaufe immer Worts. Kauft Worts. Wenn ihr auf der Sololenke gankt werdet, zwei, dreimal, und ihr nicht wardet, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr die ganze Zeit gankt werdet. Also da gibt es keinen Grund sich zu beschweren. Da muss nicht der Jungler da sein. Der Jungler folgt nicht dem anderen Jungler, sondern auch Teipan. Ja, lauft lieber Bro, jetzt mach ich Schaden. Hm, nicht mit allen getroffen. Und sein Blubuff kommt wieder. Jetzt kann ich einfach bis hin. Wir haben einen Geist geschehen. Das ist ein Plane Ultim. Nice. Wie gesagt, er springt jetzt gleich rein. Brocks sehen wir. Wenn es nichts zu tun gibt, dann einfach... Oh, ich habe das Gefühl, ich werde gleich gegangt. Er sollte tot sein. Er verliert Felix Peer an Bauer. Das ist ein kaffes Spiel. Okay, wir sind Blue wieder. Jetzt kann ich Snowball gleich. Jetzt kann ich Snowball gleich. Level 19 sag ich nicht, kann Slowball. Ich bin fucking Level 20. Bitte blieb nicht auf mich. Auf jeden Fall. Okay, das sind zu viele. Aber kann ich nichts machen. Oh, fire joint. Oh mein Gott, ich leb noch. Oh mein Gott, ich leb noch. Nein, ich bin... Diese scheiß Chains, Digga. Scheiß Chains. Was ist denn? Oh mein Gott, die war nicht so. Uh. Okay, wir haben Anti. So ist es nicht. Jetzt geht es nur noch in Teamfight. Gold Kinses. Was labert denn so? Da ist eine Ward, Bruder. Ich habe nicht gesehen. Kuckelkran mal als Target jetzt. Das ist ja nicht für Ward. Jetzt müssen wir groupen. Jetzt darf ich mal eine rumlocken. So schnell noch die Ward zerstört von denen. Ohne ihn jetzt clear. Nervig. Oh, der hat mit Guardi-Mail geholt. Wieso sehe ich nicht die Lebensanzeige vom Argus Day? Mein Bild ist gerade total bescheuert, weil ich habe kein... Mana? Ey, Mana sag ich. Nein. Ich habe keine Ahnen Cuban. Wie wäre das? Allein. Säle ist nicht mehr. Allein. Inkommen. Allein. Eine Patente sind, die Güte erhältst. Herá. Ich habe das. Ich habe auf jeden Fall noch Ulti hier. Tuff, 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 ich verkaufe auf jeden Fall Berserker's Schild für Hasten. Ja, eigentlich sollte ich Berserker's Schild für was anderes verkaufen. Wahrscheinlich Magi's Cloak oder so, aber das ist schwer. Das ist halt Kali, also die haben hier echt eine ekelhafte Komp für mich. Mit Afro. Und ich bin jetzt gerade in der Solo, in der Solo, das heißt ich habe jetzt nicht dieses übertriebene Powerpit. Aber ich arbeite mich da jetzt einfach hin. Gehen wir die Wave und dann gehe ich zur Base. Ja! 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 Daher und ich bin jetzt einfach noch fast! Ja! Ja! Ich will das! Das ist alles wieder. Skinsales und die Sentry Ward. Wer ist... Afro, Alter, Afro ist ein riesen Problem momentan. Wir können den Ares runterhauen. Das ist gut. Scheiß auf Ares. Was ist das für eine Ulti? Das ist das für eine Ulti. Das ist die Begegnung. Entschuldigung, der nach dem Sägen ist. Der Schiff hat sich vor mir nicht. Das ist die Begegnung. Das ist die Begegnung. Es ist gut, nur was ich erwartet. Egal, egal. Ich habe Pukkanen bekommen. Und wir haben Fire bekommen. Irgendwie war das ja davor. So, werde ich mir Mage Eyes holen. Geht nicht anders. Unsere linken Minions verlieren. Ich versuche nur kurz die Wave, weil hier kommt gleich eine fette Wave. Noch mal. Oh. 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 Ah. Oh. Nein, schade. Ja, der hatte zu viel Leben. Wir hätten die Tower weg gewesen, wenn er den gekriegt. Das war echt schade. Oh, den Rip-Buff snack ich mir jetzt. Aber er soll Hebo den haben, der hat mehr Burst als ich. Es hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, hätte ich mir so ein... Juch, Mama. Hätte ich mir so ein Item geholt, was beides hat, könnte ich auch mal geschifft halten, als Einzel-Items. Jetzt will ich mich darüber nachdenken. Ne, ich werde mir auch kein Titans mehr holen. Ich werde mir Hasten holen. Okay. Damit ich an diesen Pissern dranbleiben kann. So. Und ich habe jetzt noch mehr Movement Speed. Ist ganz gut. Was versucht der Hebo? So. Ich dachte, der kann das kurz so beenden. Ich denke, ich kaufe Pestilence für etwas anderes. Auch weil das Game ja eh eine Weile geht. Ich denke, dass die Was könnte ich mir dafür holen? Was ist das hier? Das ist ganz gut. Was ist das hier? Was ist das hier? Wo soll er mit pushen? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich habe ein bisschen Zeit geschnitten für die Leute. Ach du hast draus. Die können auch aufräumen. Solange die aufräumen ist mir eigentlich egal. Hebo kann aufräumen. Jawohl. Ja Hebo, Digga. Mein Lens ist fucked. Digga, what the fuck? Okay, dafür sterbe ich gerne. Digga. Das war doch ein gutes Game. Mussten wir hart dafür kämpfen, aber es ging. Kali war jetzt hier auch nicht der beste Pick, muss man sagen. Aber ich denke wir haben so das Beste rausgeholt. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Die Selbst vigilar möchte auf Anfuß. fertilizerer weggen alltid die Richtig ist. Gäsem답. atas. Kinsist the Bedeutung. wei Chicago-Machmann. Shoulder der Schuss Jesus.